Servus Leute! Ich bin jetzt gerade hier in Süden Frankreichs, schönes Wetter hier und ich habe jetzt gerade wieder einen Song gehört von den Söhnen Mannheims. Ich versuche zu verstehen was andere Ähnliches sehen, warum sie Kriege anfangen, in deinem Namen Morde begehen, warum sie Menschen dazu zwingen, an einem Virus zu sterben, 2000 Jahre nach dir liegt alles in Scherben, an einem Virus zu sterben. Ich habe das Kind überhaupt gehört, das war eins eigentlich von, ich war glaube ich, sieben oder acht Jahren in Süden Mannheims. Ja, ich weiß, haben weil, ja, hat auch seine, was weiß ich immer, religiös beeinflusst. Hier geht es ja gerade um Gott geht, aber hier hat ja auch die Nacht, die Menschen dazu zwingen, an einem Virus zu sterben, richtig, also das, was jetzt gerade abgeht. Also, das war schon 2005. Um den Regenrund jetzt nicht einfach alles glauben, was einem die Medien aufbinden wollen, weil, interessant ist Thema. Ja, also, ich bin schon überzeugt, dass da ein Plan dahinter steckt. Ich weiß nicht, wo er kommt. Ich weiß nicht, wo er kommt. Wahrscheinlich aus Israel ist, aber schwören kann ich es auch nicht. Ich habe ein Projekt, ich nenne es mal Bir Tawil, Gipton und Sudan. Und, da merkt man dann, da muss ich, ich kann nur jedem raten, dass Frank, dass man, dass man das, glaube ich, nehmen sollte, dass alles nachgeprüft gehört. Ich weiß nicht. Genau. Ich höre es nicht so selber an, das... Ich meine, klar, es gab schon vom Virus... Aber, echt, nein, ich ärgere mich langsam schon, dass ich das nicht... Es war irgendwann gar nicht, dass irgend so ein Virus kommt. Wir hätten... Ich war leider keiner davon. Ich war dann doch zu naiv. Ich kann nur Menschen raten... Ich kann nur Menschen raten... Ich schau genau nach. Ich glaub nicht einmal, dass was stimmt. Ich glaub, dass was stimmt. Egal, selbst wenn es wirklich enthalten wird. Die Weisen gefunden werden. Ich hab bereits nicht alle an Worten, aber... Schon, aber auf jeden Fall... Diesen Chaos hier, die... Irgendwann ein Ende haben. Ich guck mal, dass es dann irgendwann soweit ist. Also... Besser nicht auf der Seite stehen, das kann ich nur nicht. Warten... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, dass ich keiner... Bericht über irgendwas anhöre... Ich bin einfach... Ich will mich jetzt... 10 A-Bahn... Da ist noch viel mehr... Das ist das, was wir als... Schon hier... Selber... Was wir alles hier... Da... Das ist nur die halbe Bar, Alter... So... Wir wollten uns nicht damit zufrieden geben. Das war's, was ich zu sagen habe. Tschau.